Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Starr mich mit deinen Hexenaugen an, solange du willst. Ich gehe erst, wenn ich das Eichenblatt habe. Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste vier kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche vier Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Olgert und sein Knecht. Sie haben mich über Fein und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichenblatt-Queste, weißt du? Hm. Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig wirst du noch nicht einmal das. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauern-Tölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Hm. Alles voller schwarzer Galle. Wenn ich erst die Eichblatt-Queste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume. Sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Die Krähen lassen sich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwinling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Hilfst du mir nun bei der Eichblatt-Queste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilfst du mir nun bei der Eichblatt-Queste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Winlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Gwinling hat gestern das ganze Zimmer durchführt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Er ist vollkommen übernächtigt. Diese Albträume plagen ihn seit Tagen. Ich fürchte allmählich verliert er den Verstand. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Das wird eugiert büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über zehn Jahren nicht mehr. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Quäste abholen. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los! Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Das Spanngarn ist durchgefault. Viel zu viele unerledigte Dinge. Warum wackelt sie schon wieder? Jindrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jindrich und ich noch befreundet waren. Schon wieder lose, aber darum muss ich mich später kümmern. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht... Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Warte nur, Färbersohn. Um mich zu besiegen, braucht es mehr als einen gekämmten Schopf. Ohne Olgiert ist der Knecht eigentlich ganz freundlich. Nicht zu mir natürlich. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgiert? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beidem, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Pryos, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Diese Bresche wurde im Krieg der Tränen von einer Handvoll Andergaster gegen ein Heer von Nostrian verteidigt. Für den Wiederaufbau fehlte wohl das Geld. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Und wenn nun ein Karrenrad dagegen kommt? Aber solange die Fässer lediglich in unser Haus krachen, stört das vermutlich niemanden. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Weißwürdige Viecher, denen darf man nicht zu nahe kommen. Geische Musik Geiswürdige Viecher, der Ingenie